so hallöchen heute wieder mal eine neue folge von rocket league und heute die zweite test folge von der ersten also wisst schon in den letzten video hatte ich ja das mit 720p und 60 fps versucht hat es ja geklappt und jetzt zeige ich euch quasi ein spiel mit 1080p und 30 fps und ihr entscheidet halt mit dem mit wem mit was ich denn demnächst dann halt aufnehmen also ich spiel mal eine runde zwei match also wie immer 15 minuten so gerne also und hallöchen jetzt geht es nämlich weiter erste match beginnt mit mana und sei du und was sei du das ist natürlich ja sei immer wo ohne so pures lack nenn ich ne pures lack okay fang ich mal an kommt nicht und ich habe mir erstmal boost guck mal was hier abgeht und die haben erstmal die haben die beuterricht scheiße verschichtung wollte ich gar nicht wollte ich gar nicht ich weiß nicht ob du dich bist aber war ich einfach zu schnell war ich einfach zu schnell und 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 die booster eigentlich wollte ich den boost holen was macht ihr da vorne kommt weil da vorne nicht daran und 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 so mal gucken was hier passiert hallo ich seh von oben alles alles ja ich kann hier nichts machen was der mein gott der war richtig gut der war der war kacke leute die kunde vorlage für die aber sieht ja was passiert da und 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 die bälle sind so nützlos wow was ist denn das für ein pinge hier gewesen nicht schön nicht schön und weg und weg close immer noch high Ah, hab den nicht doppelt, ob ich schalte. Wow, das geht doch gut ab. Okay, weiter, 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 weiter. Yes, und der ist dort, 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 yes. Der war ein guter Schuss. Ein guter Schuss. Oder was sagt ihr? Schreib's mir in den Kommentaren. Hier. Sag's mir mal. Der ist doch cool. Lack hoch 3, aber ist ein guter Schuss. Im August, ja. Geht halt nicht immer, ne? Ich soll schießen? Dann schieße ich. Und! Gegen 2 kann ich nicht hier... Oh, ich bin bei dem Fuß vorbeigefahren. Oh, 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 und, und. Alter. Ha! Na ja, gut. Hätte man vielleicht noch... Egal. 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 Oh, aufgestiegen. Endlich wieder mal bin ich in der dritten Liga. Äh, oder... Zweiten. Also, zweite Liga-Herausforderungsstufe 3. Irgendwie so. Ganz komisch. Ha. Na gut. Nächste Runde. Noch eins. Noch eins. Okay. Zweite Runde. Läuft hoffentlich. Komm. Wer fickt an? WLAN? Was? WLAN? Ne. W... 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 irgendwas? Oh, fuck. Ja. Das war... Mies. W... 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 Ich konnte nichts machen. Konnte ich nichts machen. Schade. W... Woh... ... Woh. 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 Ich hab den Ball durchgehauen, aber ich werd den Boost haben und krieg den nicht. Bad, 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 der kann böse werden. Oh, der ist böse. Der ist really bad. Bad, 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 der ist immer noch bad. WLAN ist echt WLAN dort. What the fuck. Cool das Ding. Cool das Ding. Äh, das ist nicht so cool. Wow, wow. Meine Güter, wie soll ich den dabei kriegen hier? Ich warte mal auf Boost, Boost, Boost. Boost, komm. Gut, schön. Äh, hm. Ah, das ist doch kacke, wenn die Auerlaufe. Was ist, können ich das machen? Nichts. Was? Wie hieß denn? Äh? Wie hieß denn der? Wie? Ach, wie? Warlhack? Ne. WLAN? Und Warlhack? Keine Ahnung. Und Jeremios. Wen ist Wunan? Okay. Was? Ja, es sind das für Bälle hier, wo die sind. Ah, das ist doch beschwungen. Kommt. Hau das Ding weg. Hau das Ding rein. Ah, ich hab den doch berührt. Hey, Hans-Saft. What? Nein! Ja. So, komm. Das ist... Ey, guck mal, solche Bälle hier. Das ist doch kacke. Hoch 3 hier. Das will ich nicht mit den Bällen. Kann ich's machen. Das war... Ja, der wollte wieder aufgeben. Nix hier aufgegeben. Hier wird komplett durchgestattet. Bis zum Ende wird hergespielt. Das ist so... Das ist mit. Das ist schon wieder badass hier. Auch 3. Hier, guck mal, der Ball hier. Ja! Hau die Ball raus. Nicht so. What the fuck. Das ist ein Ball. Gut. Ach, ernsthaft. Komm, hau die hin weg. Wie soll ich den Ballen so kurzfristig nehmen? Ich dachte... Komm, ihr müsst ihn schon ein bisschen in die Nähe reinhauen. In die Nähe des Tores. Und dass man übrigens eine Chance hat. Oh, der war gut. Der ist gut, aber... Und, nein. Hä? Was ist das für mich? Klar, ey. Jetzt aber hier. Big Chance. Na, wohl auch nicht. Hier, wenn ihr... Streit um mich die Pizze. Die Bälle hier. Das wird nix, wenn ihr euch da streitet. Wie zum... Boah, Leck und Tor. Aber egal. Leck und Tor. Leck und Tor. Leck und Tor. Guter Titel des... Videos. Ne. Eigentlich nicht, aber... Ich hab mir's jetzt gemerkt. Okay, okay. Ich hab mir's gemerkt, wie der Titel heißt. Letztes Videos. Und... Ach ja, ist klar. Kommt! Hau das Ding raus. Alles. Schön, 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 schön. Boah. Was sind das für Legs? Hier bis zum... Wa... Hier, solche Bälle bringen doch dann was, wenn die irgendwie auch... Was bringen. Aber so. Ich nerv's. Kommt. Ach, ko... Ja! Gut. Ja, heute noch ein Ton. Oh mein Gott. Na gut. Äh... Ihr habt jetzt die Qualität gesehen. Ungefähr. Wie, äh... Also einmal 17p, 60fps. Oder dieses Video 180p und... Äh, 1080p und 30fps. Ja. Ähm, schreibt's mir in die Kommentare, wie... Äh, äh... Äh, was... Welches Format soll ich denn jetzt beibehalten? Schreibt's mir in die Kommentare. Ich verlinke beide Videos jeweils ineinander. Also... Bei den 17p verlinke ich das Video. Und bei dem Video verlinke ich das... Vorher Video. Äh, ja. Und bis dahin erstmal, äh... Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ne? Also. Tschüss!